Was wird denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! ... hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratorbank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Frau Wolf! ... hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich hab bereits ein Kind verloren. Zweites Mal übersteh' ich das nicht. ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.